Entschuldigung, bitte! Es ist mir egal, ob du aus New York bist. Du schießt hier für keine Zeitschrift Bilder von unseren Getreidekreisen. Nein, Cletus, ich bin smart! Folg Cletus und sammle auf, was von seinem Laster fällt. Lass keine Gegenstände liegen. Ich geb mein Bestes. Okay. Es tut mir leid. Oh mein Liebton! Oh mein Himmelschen! Oh mein Gott! So, lass mir noch was fallen. Oh, lass mal! Oh Gott! Nein, nein, nein! Sensibel! Füßchen aufs Gas! Ich gebe mir gleich ein sensibles Füßchen in dein Gesicht. So. Warm. Auweia. Oh mein Gott. Ich kann das nicht so gut. Ja, ich sehe es. Ich kann das nicht so gut. Hast du gerade schon gesagt. Das ist doch kein Diebstahl, oder? Das ist aber nicht sehr nett. Das sei jetzt aber gut. Oh mein Gott, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon, fahr. Nein. Komm schon. Du willst mich doch verkack eiern, ey. Na komm. Ich warne euch aus der Bahn. Hey, wo fährt den? Kletus verursacht Schmerzen. Ich bin auch enttäuscht von mir, wenn ich das jetzt nicht mal bald schaffe hier. Na komm, fahr. Na komm, fahr. Na komm, fahr. Na komm, fahr. Ich bin auch. Na komm. Ich bin auch nicht so gut. 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 Na komm. Ich bin auch nicht so gut. Ich bin auch nicht so gut. du musst mir helfen ich muss herausfinden was mit meinem baby passiert ist tut mir leid ich dachte du wärst so ein stadtgauner aber ich erzähle dir nichts mehr bis du uns bei der ernte geholfen hast erntezeit wenn ich hier gartenarbeit machen muss dann ziehe ich mich lieber um oder meine nächste mission lautet matschflecken aus grüner kunstseide waschen wir brauchen die krebs pakete die die leute wegwerfen um durch den winter zu kommen die einzusammeln ich werde einen spürhund verkaufen müssen um das zu ich kenne hier noch irgendwo eine müllkippe das spüre ich in meinem sinkeknochen das war besser als die box mit den bewegten bildern ich habe mir den schneidearm gebrochen den schneidearm ach komm schon dieses war so weiter die meis schulgeld ich fliege wie ein truhtan immer diese sprüche hier so jetzt hier mal in mr burns anwesend rein ich räume das später auf damit hätte ich ein schönes koagen ablaufsystem bauen können was immer da gerade passiert ist es geht mich nichts an ich wünsche mir ich hätte so riesige reifen wie ich sie im fernsehen gesehen habe ich wünsche ich hätte mehr zeit keine sorge das heilt schnell so ich gebe mein bestes ja ich auch nette mädchen geben vollgas ah warum driftet er denn nicht da trägt die dampf unter der haube ich ne kann ich direkt wegschmeißen den versuch so aufs neue ich gebe mein bestes wir brauchen die ketchup pakete die die leute wegwerfen um durch den winter zu kommen hilf mir die einzusammeln hey ich kenne hier noch irgendwo eine müllkippe das führe ich in meinem sinkelknochen bitte verklag uns nicht wieder oh blödmann keine zeit vorsicht walten zu lassen auf seite hier komme ich ich habe angst vor den konsequenzen ja das kann ich so das war besser als die box mit den nächsten bildern hört auf mit dem unsinn echt ey hört mal auf hier ja wird sich das auf meine versicherung auswirken? oh ja jetzt wünschte ich mir wir wär das war ja was wir